Musik Die Dachstein-Seilbahn, die Touristen aus allen Ländern in die hochalpine Welt des Dachsteingletschers entführt, ist nur eines der vielen Highlights am Dach, der Steiermark. Die nächste Attraktion am Dachstein, der übrigens zum UNESCO Weltnatur- und Weltkulturerbe zählt, wartet bereits bei der Bergstation auf 2700 Metern Seehöhe, der Dachstein Skywalk. Die wohl spektakulärste Aussichtsplattform der Alpen inmitten der 250 Meter senkrecht abfallenden Felswand des Hunagogels ermöglicht einen 360-Grad-Rundblick von Slowenien bis nach Tschechien. Sidesiegen, Snowboarden im Burton-Superpark, Langlaufen, Wandern und Klettern, die Palette an Möglichkeiten ist riesig. Neu ist der Dachstein-Eispalast, der österreichweit einzigartig ist und die Gäste direkt in das tiefe Innere des Dachsteingletschers führt. Der Eispalast ist nur drei Minuten von der Bergstation entfernt und eröffnet eine völlig neue Welt, an der über ein Jahr lang gebaut wurde. Super, dass wir da sowas haben jetzt zum Anschauen. Wunderbar, schön glatt und schöne Figuren anzusehen, wunderbar. Diese besonderen Eisfiguren sind die Stars des Filmes Ice Age. So zählen Diego, Sid, Mani und Skrat zu den berühmten Bewohnern des Eispalastes. Der Dachstein als höchstes der Ausflugsgefühle ist eben immer eine Reise wert. Der Dachstein als höchstes der Ausflugsgefuert ist eben eine Reise wert.